Leute, die SPD hat ein Russland-Problem. Das liegt zum einen an ihm hier, Altkanzler Gerhard Schröder. Der ist nicht nur mega dicke mit Wladimir Putin, sondern arbeitet auch noch als Gaslobbyist für russische Staatskonzerne. Naja, und da hört's noch nicht auf. Teile der SPD haben ein umstrittenes Verhältnis zu dem Land, das gerade mit mehr als 100.000 SoldatInnen an der ukrainischen Grenze steht. Und Leute, das ist nicht nur ein Problem für die SPD, das kann uns allen auf die Füße fallen. Irgendwie fällt es der Kanzlerpartei schwer, einen geschlossenen Eindruck zu vermitteln. Aber warum? Warum hat ausgerechnet die SPD so eine flatterhafte Beziehung zu Russland? Und was macht eigentlich Olaf Scholz? Ich erzähl's euch. In diesem Video geht's um Geld. Es geht um geheime Gespräche, russisches Gas und um einen Mann, der das alles vereint. Gerhard Schröder war früher einmal Bundeskanzler. Und er war sogar schon ein Meme, als man noch gar nicht wusste, was ein Meme ist. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Mittlerweile hat er Insta-Fame. Aber vor allem ist Gerhard Schröder Gaslobbyist für Russland und seinen alten Buddy Wladimir Putin. Schröder sitzt im Aufsichtsrat von Rosneft, ein staatliches Gasunternehmen Russlands. Dort kassiert er laut russischen Medienberichten 600.000 Euro pro Jahr. Das alles muss nicht per se ein Problem für die SPD sein. Es wurde aber zu einem. Gerhard Schröder ist in Russland-Fragen nämlich immer noch präsent. Obwohl, und das ist wichtig, er keinen relevanten Posten mehr in der Partei hat. Und schon gar keinen in der Bundespolitik. Trotzdem grätscht er immer wieder von der Seite rein. Ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. An der Stelle ist ein bisschen Kontext wichtig. Russland steht gerade mit mehr als 100.000 SoldatInnen an der ukrainischen Grenze. Die ukrainische Armee ist der russischen heillos unterlegen. 2014 hat Russland die ukrainische Krim völkerrechtswidrig annektiert. Und seit Jahren unterstützt Putin prorussische Separatisten im Osten der Ukraine. Wenn ihr mehr über den Konflikt erfahren wollt, schaut mal bei MrWissen2go vorbei. Aber Schröder steht seinem alten Kumpel Putin bei. Zwischen den beiden hat sich während Schröders Kanzlerschaft eine enge Männerfreundschaft entwickelt. Putin hat damals sogar im Bundestag gesprochen. Was die europäische Integration betrifft, wir unterstützen nicht einfach diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung an. Heute wäre das undenkbar, auch weil Putin Russland immer weiter in ein autoritäres Regime formt. Und trotzdem fällt es einigen Leuten in der SPD schwer, da eine klare Grenze zu ziehen. Zum Altkanzler und teilweise auch zu Russland. Da ist zum einen Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Vor ihrem Bundesland sollte eigentlich schon längst russisches Gas aus dem Meer strömen. Richtig gehört. Seit 2018 baut Russland nämlich eine milliardenschwere Gaspipeline namens Nord Stream 2 durch die Ostsee nach Deutschland. Genauer gesagt nach Mecklenburg-Vorpommern. Russisches Gas fließt also nach Europa und europäisches Geld nach Russland. Aber ist das cool? Jo, die Frage war schon vor einem Jahr heiß und jetzt ist sie noch heißer. Und mittendrin steht Manuela Schwesig. Als Ministerpräsidentin hat sie sich nämlich so richtig ins Zeug gelegt, damit das mit der Pipeline auch alles klappt. Wenn wir es schaffen wollen, irgendwann völlig unabhängig zu sein aus erneuerbaren Energien, mit einer marktfähigen Wasserstofftechnologie, brauchen wir einen seriösen, verlässlichen Weg dorthin. Naja, unabhängig, seriös, verlässlich? Das sehen einige komplett anders. Es muss unser Ziel sein, im Sinne des Klimaschutzes unabhängiger von Russland und Putin zu werden. Denn wir hängen nicht nur beim Gas von Putin ab, wir hängen genauso beim Erdöl ab und auch bei der Kohle. Die Koalitionspartner Grüne und FDP finden die ganze Sache gar nicht geil. Und auch Teile der Union sind dagegen. Frankreich ist dagegen. Die EU-Kommission, das Baltikum, die Ukraine, Polen und auch die USA halten die Pipeline für überhaupt keine gute Idee. Die USA haben deshalb sogar Sanktionen gegen Unternehmen verhängt, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. An der Stelle kommt wieder Manuela Schwesig ins Spiel. Ihre Landesregierung hat nämlich eine mega umstrittene Stiftung ins Leben gerufen. Der Name? Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Das Geld für die Stiftung kam unter anderem von Gazprom, also dem russischen Gaskonzern, der sein Gas durch die Pipeline nach Deutschland pumpen will. Offiziell soll die Stiftung das Klima schützen. KritikerInnen werfen Schwesigs Regierung aber vor, die Stiftung soll den am Bau beteiligten Unternehmen einfach nur helfen, die US-Sanktionen zu umgehen. Die Sache mit der Stiftung ist aber nicht die einzige auffällige Verbindung zwischen Schwesig und Russland. Mittlerweile gibt es neue Vorwürfe gegen sie und gegen ihn hier. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Unser Altkanzler, Putin-Freund und Verwaltungsratspräsident von Nord Stream 2 hat sich in den letzten Jahren mindestens zweimal mit Manuela Schwesig getroffen. Ein Rechercheteam von T-Online hat rausgefunden, die Treffen wurden nie offiziell dokumentiert. Schwesigs Regierungssprecher teilt mit, es sei nur ein persönlicher Austausch und kein Arbeitsgespräch gewesen. Aber sollte man das einfach so glauben? Es bleibt nämlich nicht bei den geheimen Schröder-Treffen und auch nicht bei der umstrittenen Stiftung. Ein weiterer SPD-Mann spielt in dem ganzen Konstrukt aus Schröder, Schwesig und der Pipeline eine wichtige Rolle. Erwin Sellering war mal Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und damit Schwesigs Vorgänger. Heute hat er einen neuen Job. Jetzt ist er Vorstandsvorsitzender der Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Das Rechercheteam von T-Online hat sich auch an seine Fersen geheftet und ihm Fragen zur Stiftungsarbeit und Umsetzung von Nord Stream 2 gestellt. Sellering's Antwort Wie wir das im Einzelnen geplant und durchgeführt haben, wird deshalb von uns selbstverständlich nicht zum Gegenstand öffentlicher Erörterung gemacht. Das versteht sich von selbst. Und Leute, eine Sache zieht sich durch die ganze Geschichte wie eine Gaspipeline über den Ostseeboden. Und das enorme Intransparenz. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung. Das heißt, sie ist verpflichtet, gewisse Dinge offen zu legen. In Wahrheit weiß man aber kaum etwas über die Arbeit der Stiftung. Welche wirtschaftlichen Beziehungen im Hintergrund laufen, welchen Einfluss Gazprom nimmt, das wird alles verschwiegen. Das Einzige, was klar scheint, das mit der Pipeline soll, das muss unbedingt klappen. Was ich aber auf jeden Fall klar machen will. Ich werfe hier Schwesig und ihrer Landesregierung nicht vor, aus blinder Russland Liebe für die Pipeline zu kämpfen. Nord Stream 2 ist ein riesiges energiepolitisches Projekt und Gas gilt für die Bundesregierung als Übergangstechnologie im Kampf gegen den Klimawandel. Und klar, eine Gaspipeline verspricht auch unfassbare Summen und Arbeitsplätze für Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Schröder, Schwesig, Sellering, das sind drei Leute in einer immer noch sehr großen Partei. Das kann man verschmerzen. Schwamm drüber. Leute, dabei bleibt es aber nicht. Wenn es um Russland geht, weiß die SPD nämlich nicht immer so wirklich, wohin mit sich. Die einen sagen klipp und klar, Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die Aggression von Russland ausgeht. Die anderen sagen, Wenn man diplomatisch Erfolg haben will, muss man, das weiß ich, fällt uns schwer, erst mal sagen, ja, eure Sicherheitsbedürfnisse, eure Sicherheitsbedenken sind anzuerkennen, beziehungsweise wir werden mit ihnen umgehen. Das haben wir 30 Jahre lang nicht gemacht, obwohl die Russen nicht erst seit heute darüber reden. Was hier zwischen Michael Roth und Matthias Platzeck sichtbar wird, zeigt nur ein viel tiefer liegendes Problem der Partei. In der SPD gibt es keine gemeinsame und eindeutige Haltung gegenüber Russland. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel die vom ehemaligen Parteichef und Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzeck. Er will nicht nur die russischen Sicherheitsbedenken anerkennen, sondern Ex-SPD-Chef Platzeck will Annexion der Krim anerkennen. Das hat Platzeck übrigens im November 2014 gedroppt, nur wenige Monate nach der völkerrechtswidrigen Annexion durch Russland. Platzeck fiel damals auch mit Sätzen auf wie Wir müssen also eine Lösung finden, bei der Putin nicht als Verlierer vom Feld geht. Nochmal, das war im selben Jahr wie die Krim-Annexion. Dann gibt es da Rolf Mützenich. Der Fraktionschef der SPD im Bundestag bläst regelmäßig in ähnliche Hörner, wenn auch zurückhaltender und differenzierter. Gedanklich kann ich die russische Bedrohungsanalyse nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht teile. Die Militärausgaben der NATO sind um ein Vielfaches höher als die Russlands. Sein Credo? Die Kanäle in den Kreml offen halten. Wir brauchen perspektivisch eine europäische Friedensordnung, unter Einschluss Russlands. Auch wenn dies derzeit noch illusorisch erscheint. Dann gibt es da die Gruppe um Michael Roth. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Den haben wir eben schon gehört. Die Ukraine wird nicht irgendwie abstrakt bedroht. Sie wird ganz konkret bedroht. Und das seit vielen, vielen Jahren. 2014 die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Die Unterstützung, die militärische Unterstützung der Separatisten im Osten der Ukraine, das ist ein kriegsähnlicher Zustand seit vielen Jahren. Und jetzt der Aufzug von 100.000 gefechtsbereiten Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Das ist eine Bedrohung der Sicherheit. Ihr merkt schon, Roth grenzt sich rhetorisch sehr viel schärfer von Russland ab. Genauso wie Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag. Es kann nicht sein, dass die russische Regierung den Krieg in der Ostukraine als innerukrainischen Konflikt abtut und sich quasi als eingebildeter Vermittler geriert. Nein, Russland ist Konfliktpartei. Russland ist Aggressor. Russland hat Völkerrecht gebrochen und massiv die europäische Friedensordnung gestört. Schon Mitte Januar hat er klargemacht, dass auch Sanktionen gegen Nord Stream 2 eine Option gegenüber Russland sein müssen. Aber wie uneins die Kanzlerpartei in der Russland-Frage ist, sieht man daran, was seine Parteigenossin Manuela Schwesig ungefähr zur gleichen Zeit gefordert hat. Nämlich, dass Nord Stream 2 in Betrieb gehen soll. Während Schmid also von möglichen Sanktionen spricht, will Schwesig das komplette Gegenteil, nämlich wirtschaftliche Beziehungen. Und dann sind da auch noch die ehemaligen Alphatiere der SPD, die von allen möglichen Seiten reinquatschen. Ich glaube nicht, dass die russische Seite ein Interesse daran hat, in der Ukraine zu intervenieren. Auch der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel mischt sich noch immer ein. Aber bei Krieg ist sozusagen jede Verhandlungsbereitschaft zu Ende. Und das müssen die Russen wissen. Ihr merkt, es sind manchmal Feinheiten, für manche vielleicht kaum hörbare Meinungsverschiedenheiten. Aber gerade in einer so sensiblen Situation, wie wir sie momentan an der ukrainischen Grenze erleben, wird international jede deutsche Unstimmigkeit wahrgenommen. Und das kann riesige Konsequenzen haben. Denn die SPD ist jetzt Kanzlerpartei. Und da ist ein ganz anderer Druck auf den Kessel. Die Welt schaut ganz genau auf Deutschland, auf die Regierungspartei und ihren Kanzler. Aber wie positioniert sich eigentlich Olaf Scholz? Und was sagen der Parteichef Lars Klingbeil und sein Generalsekretär Kevin Kühnert zu der ganzen Schose? Lasst uns mal mit Kevin Kühnert beginnen. Der war mal SPD-Rebell und hatte damals wenig Bock auf Olaf Scholz und muss jetzt als Generalsekretär die Partei nach außen vertreten. Im Ukraine-Russland-Pipeline-Konflikt ist er zum ersten Mal Anfang Januar aufgefallen. Damals sagte Kühnert in Richtung der Grünen, die klar gegen Nord Stream 2 sind, Alles in mir wehrt sich aber dagegen, dass Konflikte herbeigeredet werden, um Projekte auf diesem Wege beerdigen zu können, die einem schon immer ein Dorn im Auge waren. Dass der ganze Konflikt nur herbeigeredet wäre, das wurde von der CDU direkt kritisiert. Wie Kühnert zu behaupten, ein internationaler Konflikt werde herbeigeredet, um Nord Stream 2 zu stoppen, schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Für die Ukraine ist der massive Truppenaufbau an der Grenze sehr real. Mit solchen Aussagen beschädigt die SPD Vertrauen in die Außenpolitik. Kühnert scheint jetzt sehr darauf bedacht, den Zusammenhalt in der SPD im Ukraine-Russland-Konflikt zu betonen. Die Partei ist dazu einig und das ist mir wichtig heute auch mal festzustellen, es sind ja wirklich groteske Diskussionen, die wir da seit einigen Tagen hören, mit Vorwürfen in Richtung der SPD, die sei da vollkommen unklar. Die SPD ist da klar aufgestellt, die Aggression bei dem, was wir an der ostukrainischen Grenze sehen, die geht von der russischen Seite aus. Deswegen liegen alle Optionen auf dem Tisch, das hat man Putin und seiner Administration jetzt immer wieder deutlich gemacht. Zwischenzeitlich hat sich auch der SPD-Parteichef eingeschaltet. Um eine klare Linie im Russland-Ukraine-Konflikt zu finden, hat sich Lars Klingbeil mit 20 führenden SozialdemokratInnen getroffen. Und auch der Chef betont den Zusammenhalt in der Partei. Es war heute eindeutig in der Runde, die Eskalation, die wir gerade an der russisch-ukrainischen Grenze erleben, die geht von Russland aus, das haben wir klar benannt. Dass Nord Stream 2 aber im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine definitiv keine Zukunft haben wird, so klar wird Klingbeil dann doch nicht. Seine Begründung? Weil ich es für falsch halte, dass wir Russland in die Karten gucken lassen. Alle Optionen liegen auf dem Tisch und es wird eine harte und konsequente Antwort geben, sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzen. Viel wichtiger für die internationale Wahrnehmung Deutschlands ist aber die Aussage des Kanzlers. Und der war in der Russland-Ukraine-Krise lange Zeit medial kaum präsent. Und vor allem die Union hat sich da ordentlich dran abgearbeitet. Kritik gab es unter anderem von den beiden Parteichefs von CDU. Sie führen nicht, weder in Deutschland noch in Europa. Und CSU. Die entscheidende K-Frage derzeit ist, wo ist der Kanzler? Was macht Olaf Scholz? Es fehlen immer noch klare Botschaften zu den drängendsten Krisen. Ukraine, explodierende Energiepreise, Impfpflicht. Zwischenzeitlich hat sich sogar die deutsche Botschafterin aus Washington mit einer alarmierenden Nachricht gemeldet. Berlin, wir haben ein Problem. Ihre Botschaft? Die USA sehen Deutschland in der Russland-Ukraine-Krise nicht mehr als zuverlässigen Partner an. Der Grund, bis auf 5000 Schutzhelme verweigert Berlin jede Waffenlieferung an die Ukraine. Das hat aber weniger mit der Zerrissenheit der SPD in Russland-Fragen zu tun, sondern eher mit dem deutschen Credo, keine Waffen in Krisengebiete. International kommt die deutsche Zurückhaltung aber überhaupt nicht gut an. Die Bundesregierung macht es sich zu einfach. Where is Germany in the Ukraine's standoff? It's Allies' wonder. Obendrauf hat sich Kanzler Scholz selbst schon die Finger an der Pipeline-Frage verbrannt. Im Dezember in Brüssel hat er Nord Stream 2 als privatwirtschaftliches Vorhaben bezeichnet. Damit hat er die Verantwortung von sich geschoben und musste direkt Kritik einstecken. Nachdem er wochenlang wenig zu sehen war, tauchte Scholz dann vor einigen Tagen im Heute-Journal auf. Die Lage ist sehr ernst. Scholz ist deshalb erst nach Washington gereist. Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun. Dann soll er nach Kiew und später nach Moskau, um sich mit Putin zu unterhalten. Man fährt da ja nicht einfach mal so hin, um einen Kaffee zu trinken, sondern es geht ja darum, echte, harte, wichtige Politik zu machen, die in diesem Fall natürlich in einer sehr krisenhaften Situation stattfindet. Scholz und die führenden Köpfe der SPD formulieren jetzt einheitlich, sollte Russland angreifen, dann drohen wirtschaftliche Konsequenzen. Wir haben klar gemacht und klargestellt, ich ganz unmittelbar, dass eine Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine nicht akzeptiert würde und hohe Preise hätte für diejenigen, die das machen, für Russland. Und da gibt es nichts, was ausgeschlossen ist, das muss man sehr genau wissen. Eine klare Ansage, wenn Russland die Ukraine angreift, dann ist Nord Stream 2 gestorben, die geht aber auch dem Kanzler nicht über die Lippen. Mittlerweile wird das auch vom Koalitionspartner kritisiert. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt zum Beispiel, Also meine Meinung ist, dass es überhaupt keine Diskussion darüber geben kann, angesichts dessen, was Putin an der ostukrainischen Grenze veranstaltet, kann Nord Stream 2 nicht an den Start gehen. Übrigens, bei der ganzen Sache hat auch der Kanzler nochmal die Einigkeit der SPD im Russland-Ukraine-Konflikt beschworen. Die SPD ist sehr einig und sie steht hinter der Politik, die der Kanzler verfolgt. Und die ist sehr klar. Übrigens schon seit sehr langer Zeit und immer wieder sehr präzise beschrieben. Es ist schon auffällig, wie sehr Scholz, Klingbeil und Kühnert die Geschlossenheit der SPD betonen müssen. Ich habe das ja im Video schon herausgearbeitet. Wenn man tiefer in die Partei hineinschaut, dann merkt man auch, es gibt da unterschiedliche Lager. Aber wieso ist das ausgerechnet in der SPD so? Wo kommt das her? Dafür müssen wir zum Schluss eine schnelle Geschichtsstunde einlegen. Denn ein weiterer Altkanzler der SPD hat bis heute Einfluss auf die Ostpolitik der Partei. Willy Brandt hat sich in den 70er Jahren für einen Wandel durch Annäherung stark gemacht. Mitten im Kalten Krieg hat sich Brandt der Sowjetunion zugewandt und den eisernen Vorhang immer weiter geöffnet. Heute bewerten viele HistorikerInnen genau diesen Kurs als großen Erfolg. Teile der SPD hängen der Idee scheinbar noch nach. Aber seit Brandts Wandel durch Annäherung sind fast 50 Jahre vergangen. Die Frage ist, ist das Konzept heute noch zeitgemäß oder muss die SPD sich im Jahr 2022 klar machen, heute sieht die Lage ganz anders aus? Fazit, ja die SPD hat ein Russland-Problem. Da können Scholz, Klingbeil und Kühnert so oft sie wollen Geschlossenheit demonstrieren. Denn die Altkanzler prägen ihre Partei bis heute. Brandts Wandel durch Annäherung und Schröders Geschäftsbeziehung nach Moskau. Für die Sicherheit Europas ist es jetzt aber umso wichtiger, dass die SPD-geführte Ampel im Russland-Ukraine-Konflikt verlässlich bleibt und klare Signale nach Moskau, Washington und Kiew sendet. Wenn Putin nämlich Schwäche spürt, dann könnte es richtig gefährlich werden. Das wissen vor allem die Menschen in der Ukraine. Für die SPD und Olaf Scholz ist es meiner Meinung nach aber ein ziemlicher Drahtseilakt, Putin klare Konsequenzen anzudrohen. Denn bei Nord Stream 2 steht auch für sie viel auf dem Spiel. Manuela Schwesig ist aktuell die erfolgreichste SPD-Ministerpräsidentin. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern hat sie knapp 40% der Stimmen geholt. Damit ist sie eine absolute Hoffnungsträgerin der SPD für die kommenden Jahre. Wenn der Kanzler jetzt aber mit der Pipeline ihr großes Projekt beerdigt, würde das für sie eine heftige Niederlage bedeuten. Jetzt seid ihr dran, Leute. Wie findet ihr die Performance von Kanzler Olaf Scholz? Und wie sollte sich Deutschland im Russland-Ukraine-Konflikt positionieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr uns nen Abo-Button unterstützt, dann hat das nur gute Konsequenzen für euch. Jede Woche nice Politik-Videos direkt hier klicken. Hier erzähle ich euch, warum die EU Gas und Atomkraft als nachhaltig einstuft. Und bei MrWissen2go erfahrt ihr mehr über den Russland-Ukraine-Konflikt.